Kot-Bruder. Kot-Bruder. Oh, da hat man... Ihr müsst wissen, damals in der Schule haben wir immer zusammen gekottet. Frau Lehrerin, darf ich auch stehen? Ich muss kotten. Und so zwei Minuten später. Ich auch. Du hast immer gesagt, aber ich mag nicht alleine. Ich träume nicht alleine zu kotten, okay. Ihr habt eine ärztliche Bescheinigung, dass ihr Kot-Brüder seid. Die Schule musste auch extra so eine Twinsy-Toilette einbauen für uns. Dass man direkt nebeneinander sitzt. Ja, genau. Und dann haben wir uns immer gegenseitig angefeuert. Genau so war es, meine Damen und Herren. Go, Manuel, jetzt hier genauso. Zieh durch. Bisschen Werbung in eigener Sache, denn wenn ihr schon immer mal Kot naschen wolltet, dann schaut gerne auf kot.fledisupply.de vorbei. Denn Parlele und Menjel haben jetzt ihre eigene Kot-Creme. Die gibst du zusammen mit einem T-Shirt oder einem Hoodie. Schaut gerne mal vorbei. Danke. Danke. Danke.